Ist es nicht verrückt genug von Gründerin und Journalistin Manuela Heberer, ein gedrucktes Magazin namens Fielsehen herauszubringen? Nein, für die Premiere und Heft Nr. 2 wird mitten in der Pandemie zwischen Lockdowns und Öffnungen recherchiert, fotografiert, layoutet, gedruckt und schließlich an den Mann und an die Frau gebracht. Auch ich selbst gehöre zu jenen Seenplattenbewohnern, die die Erstbegegnung mit dem Fielsehen-Magazin für Menschen, Kultur und Lebensart direkt am Berliner Flughafen hatten. Genau genommen im gut sortierten Zeitungsladen, eines der wenigen erfreulichen Dinge im vergangenen Sommer auf dem BER. Im Regal zwischen Feinschmecker-Magazin, Themenschwerpunkt Sizilien und Weltkunst aus Salzburg, besser geht's nicht. Also, Manuela und ihr Mini-Team aus Fotograf Georg Hund und Grafikerin Antje Singelko haben es jetzt zweimal gewuppt, gut 90 Seiten mit hochwertigem Journalismus zu füllen. Chapeau dafür. Ich habe die Gründerin in einer kurzen Atempause gesprochen, bevor die Redaktion sich an das dritte Heft gemacht hat, das im März erscheinen soll. Und da bin ich ziemlich optimistisch, dass es mit diesem Plan auch klappt. Nicht zuletzt wollte ich Manuela im Starthilfe-Podcast gern zu Wort kommen lassen, weil sie sowohl im Fielsehen-Magazin als auch bei der kreativen MV vielen Gründerinnen und Gründern speziell aus dem Kreativbereich, aber auch aus dem Tourismus Platz und Stimme gibt. Zum Beispiel den Neuland-Gewinnern aus dem Tollensetal, den Enthusiasten vom Dorfkonsum Plus und von den Meck-Schweizern und weiteren Dorfläden nicht nur aus Gesin, der Bildhauerin Katrin Wenzel, Bettina Buschow, Patrick Oldendorf vom Gutshaus Lexow, Anja Hansen und Henriette Gede von der mobilen Käserei, die wir hoffentlich auch bald einmal als Gründerstory bei GründerMV vorstellen werden. Oder es sind die PR-Mönche aus Dagun im Magazin zu entdecken, Kollegin Manuela hat das Manchester des Norns in Malchow aus der Versenkung geholt und 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 und. Ach, kauft euch am besten selbst ein Heft. Wir beide haben uns also darüber unterhalten, wie es so ist, einerseits inmitten einer pandemischen Lage zu starten und noch dazu in der Zeitschriftenbranche, die ja schon seit Jahr und Tag schwächelt. Wir wollen heute über ein Medienprojekt in MV reden, das Vielsehen-Magazin. Die zweite Ausgabe liegt jetzt druckfrisch gerade hier auf meinem Schreibtisch. Manuela Heber hat sie mitgebracht, die sitzt mir heute gegenüber. Kannst du vielleicht mal kurz so aus der Geschichte plaudern, wie ist das alles eigentlich entstanden? Das ist ja schon so vor Corona, lange vor Corona angefangen, ne? Ja, die Idee zu so einem Magazin gibt es tatsächlich schon ziemlich lange. Die schwirrt schon ziemlich lange in meinem Kopf rum. Also ich würde jetzt sagen so zehn Jahre ungefähr habe ich schon die Idee gehabt, wir brauchen irgendwie mal so ein Magazin für MV. Und ich hatte das ja damals online angefangen mit dem Projekt allesmv.de, wo ich gesagt habe, wir machen mal ein Online-Magazin. Aber das war wahrscheinlich nicht fokussiert genug, wie auch immer. Und es dümpelte dann so als Nebenprojekt immer vor sich hin. Und dann fiel mir vor ein paar Jahren, vor zwei oder drei Jahren ein Aufruf vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in die Hände. Die suchten nach Ideen, wie man das Leben und Arbeiten auf dem Land oder im ländlichen Raum öffentlich mal ein bisschen mehr zeigen kann. Und ich dachte, ey, das ist doch eigentlich genau das, was ich mache. Ich spüre die Leute auf, ich bin im Land unterwegs, schreibe die Geschichten und trage ja nach außen, was da passiert. Und ja, da ist so die Idee entstanden, ein Projekt da draußen nochmal zu machen und das nochmal wirklich zu fokussieren, auch thematisch noch ein bisschen mehr einzugrenzen und sich wirklich nochmal Zeit und Raum für diese Magazin-Idee zu nehmen. Und ich hatte dann tatsächlich dort bei den Förderern, also es ging darum, ein Förderprojekt zu veranstalten, weil es natürlich auch immer mit immensen Kosten verbunden ist, so ein Projekt, so ein Magazin-Projekt aus dem Boden zu stampfen. Hinter uns steht ja kein großer Verlag, sondern ich war damals freiberufliche Journalistin, habe mit Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet, Illustratoren, Fotograf, Grafikerin in losen Projekten. Und wir haben dann gesagt, entschuldigen wir, wollen wir es jetzt nicht mal wagen? Und dann habe ich einen Projektantrag geschrieben und ja, daraus ist dann das Start-up allesmv-media hervorgegangen. So aus der Idee allesmv.de ist sozusagen dann das Start-up geworden. Der Name findet sich da noch wieder und wir haben das Projekt, konnten wir angehen, weil wir den Zuschlag, sag ich mal, oder die Förderung bekommen haben. Erstmal für ein Jahr, da haben wir es online angefangen und im zweiten Jahr dann jetzt die Print-Ausgabe. Jetzt ist gerade die zweite erschienen am Freitag. Seit letztem Freitag ist sie auch im Handel erhältlich. Das ist natürlich auch immer noch so ein irres Gefühl, wenn man weiß, das Magazin liegt jetzt irgendwie in ganz Deutschland in jedem Bahnhofsbuchhandel und wird da auch tatsächlich gekauft. Das ist schon spannend und ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich habe es ja selber im Sommerurlaub auf dem BER gesehen, der ansonsten keinen guten Eindruck bei mir hinterlassen hat. Aber ich fand es natürlich sehr schön, dass man halt heimatliche Bilder dort in der Auslage der Buchhandlung oder des Zeitschriftenhandels da gesehen hat. Und ich habe auch gesehen bei Facebook, glaube ich, haben die mehrere Leute Fotos gepostet aus der ganzen Bundesrepublik mit dem Exemplar, mit dem ersten Exemplar im Regal, im Zeitschriftenregal. Kannst du das nochmal zeitlich einordnen? Also 2019, 20 hast du angefangen? Also 2020 hat das Projekt im Januar gestartet. Das heißt, 2019 ist so ein Jahr gewesen, wo ich gedacht habe, irgendwas muss jetzt passieren. Alles MV.de lief noch, war aber irgendwie keine Richtung mehr so richtig zu erkennen. Und ich wollte auch so für mich irgendwie eine Fokussierung haben. Wo geht es jetzt damit hin? Muss ich das Projekt jetzt als gescheitert oder so ad acta legen? Oder geht es doch weiter? Fokussiere ich das? Und wie gesagt, dann kam dieser Aufruf und ich habe dann einfach gedacht, ich probiere das jetzt nochmal. So hopp oder top, jetzt oder nie. Und ja, habe dann 2019 tatsächlich diesen Projektantrag geschrieben. Mussten natürlich auch viele Fürsprecher, Eloise und was man da alles so braucht, Stellungnahmen einholen und vielen Leuten auch davon erzählen. Und hatte dann tatsächlich hier im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Glück, dass da tatsächlich auch Leute saßen, die die Idee verstanden haben. Das ist ja auch immer so, dass man erstmal, wenn man noch nichts in der Hand hat, was man zeigen kann, die Idee so rüberbringen muss, dass die sofort verstehen und die Vorteile und positiven Effekte vielleicht auch davon sehen. Sodass wir tatsächlich 2019 das beantragt haben und dann auch Ende 2019 die Zusage gekriegt haben, dass wir 2020 im Januar gestartet sind. Und dann ging es natürlich erstmal los. Wir haben ja bei null angefangen. So ein Projekt darf man ja nicht anfangen, bevor die Förderung dann sozusagen genehmigt ist. Und dann habe ich mich tatsächlich mit meiner Grafikerin, mit der ich auch schon seit zehn Jahren zusammenarbeite und die auch jetzt fest bei uns im Team, im Viersehen-Team ist, Antje Segelkuh, zusammengesetzt und den Titel erstmal entwickelt, weil das Ganze braucht ja erstmal Namen und wie soll das aussehen und was sind die Themen, die wir bringen wollen und das Ganze so ein bisschen fokussieren und ein Konzept sozusagen auch richtig erstellen. Das ist natürlich auch ein ganz spannender Prozess gewesen. Und dann das Ganze visualisieren, wie soll das aussehen, welche Themen nehmen wir jetzt mit rein und dann ging das los. Online musste natürlich erstmal der Webauftritt auch designt werden und erstellt werden. Und ja, also es ist ein ganz spannender Prozess gewesen. Und immer im Hinterkopf natürlich, dass wir es irgendwann als Printversion rausbringen wollen. Das war eigentlich von Anfang an der große Plan, weil die Idee dahinter war, einfach zu zeigen, was wir hier in Empfang haben. Also weil ich bin ja irgendwie auch nach vier Jahren wieder zurückgekommen und dann habe ich dann von ganz vielen Freunden und ehemaligen Schulkameraden gehört, ja ist ja toll, dass du wieder nach Hause zurück bist und so, aber was machst du denn hier? Ist ja nichts los. Und ich dachte, Mensch Leute, echt, hier ist so viel los, aber irgendwie scheint das keiner zu wissen. Man hat so diese gängigen Vorurteile und ich wollte einfach zeigen, welche tollen Geschichten hier so schlummern. Ich habe so das Gefühl, also ich komme ja aus Schwerin und der Mecklenburger neigt oft dazu, habe ich das Gefühl, ja machen wir schon, müssen wir jetzt nicht groß drüber reden, schreibt mal, musst aber nicht schreiben, ich mache das und das ist ja selbstverständlich und so und ich finde einfach, dass man sowas auch mal zeigen kann und dann praktisch auch nach außen tragen kann. Nicht nur, dass wir das wissen oder mein Nachbar das weiß, sondern das wir einfach auch überall mal zeigen können, was wir hier für Möglichkeiten und tolle Menschen haben, die hier was bewegen. Das ist eigentlich so die Idee gewesen, dieser vielleicht auch ein bisschen idealistische Ansatz, den ich hatte, so ein bisschen das Bild mal zu zeichnen von dem Land, von unserem Bundesland. Und Mecklenburgische Seenplatte ist ja einfach der größte Landkreis Deutschlands und da haben wir so viel gerade zu tun und so viel Themen. Aber es ist kein touristisches Magazin, also du musst den Spagat hinkriegen und ich glaube, also ich habe das in der ersten Nummer auch gespürt zwischen sozusagen den Leuten von irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder Berlin oder in Hamburg und den Leuten hier. Das ist ziemlich schwierig, ja? Ja, das ist schwierig. Also es ist, ich habe auch da schon, also es gibt auch Leute, die sagen, ah, das ist mir zu touristisch. Nicht viele, aber die sagen, Mensch, das ist ja wie so eine Werbeblatt für die Region. Ja, also wenn sie das so sehen, ist das ja irgendwie auch wieder ein Lob für uns, weil genau das ist es ja, was wir zeigen wollen, so diesen positiven Aspekt. Aber es ist, es ist, also es soll es, das soll es nicht sein. Es soll einfach die Vielfalt abbilden, die der Landkreis zu bieten hat. Und da haben wir uns die Themen, Schwerpunkte Menschen, Kultur, Lebensart gesetzt. Also insbesondere auch die Kultur und Kreativwirtschaft ist mir persönlich dabei sehr wichtig, weil das auch Themenbereiche waren, in denen ich mich die letzten Jahre immer mehr und verstärkt auseinandergesetzt habe und einfach auch denke, dass das für MV auch ein ganz wichtiges Thema ist und was eigentlich auch viel zu wenig abgebildet wird. Und ja, und einfach das Thema auch Menschen. Welche Menschen stecken dahinter? Welche Menschen sind hier und machen Dinge? Und natürlich, wir sind, wir leben nun mal in einem Tourismusland und mecklenburgische Seenplatte ja fast noch mehr als woanders, wo sich natürlich vieles im touristischen Bereich abspielt. Aber wenn ich jetzt in eine kleine Galerie gehe oder in einen Handwerksbetrieb, wo Lampenschirme gemacht werden, ist das ja nicht touristisch, sondern das sind Menschen. In dem Fall sind es tatsächlich zwei Niederbayern, was auch so ganz spannende Geschichten sind. Wo kommen die Menschen her? Was machen die hier? Warum landen die hier? Warum suchen die sich gerade diesen Ort aus? Ja, und da kann es dem einen vielleicht so scheinen, dass es ein bisschen Werbung ist oder touristisch ist. Aber eigentlich geht es vielmehr darum, zu zeigen, was haben wir alles? Und auch so ein bisschen intern Mut machen. Es gibt ja viele Leute, die einfach hier auch so eine, finde ich, so eine Stimmung haben. Hier ist ja, also die selber so sehen, hier ist ja nichts. Uns geht es nicht so gut. Und auch, wir werden immer überall vergessen. Und vielleicht auch mal zu zeigen, hey, hier genau ein paar Kilometer weiter von dir sind Leute, die siehst du vielleicht gar nicht. Und die machen was, haben auch ganz klein angefangen, machen das nur zu zweit oder manchmal auch alleine ganz großartige Sachen. Guck doch mal. Also steck den Kopf nicht in den Sand, sondern probier es mal. Oder geh doch, fahr doch mal selber da vorbei. Und auch das Thema jetzt gerade zu Weihnachten, wie oft man, oh Gott, was schenke ich jetzt? Was macht man? Und dann bist du am Ende doch bei Amazon und Co. Und es gibt eigentlich so viele tolle Sachen hier bei uns vor der Haustür, wo man natürlich manchmal ein bisschen sich nochmal dafür bewegen muss und vielleicht nicht alles online zu shoppen ist. Aber dafür hat man einfach auch ganz tolle Erlebnisse. Man kommt mit Menschen in Kontakt, man lernt irre Typen kennen und ganz unterschiedliche Menschen kennen. Und das ist eigentlich das Spannende. Und das ist eigentlich auch das Spannende an meinem Job. Und da gucke ich auch nicht danach, ist das jetzt touristisch ja oder nein, sondern ich suche einfach die interessante Geschichte, den interessanten Menschen oder diesen interessanten Aspekt. Klar sind das auch Sachen, die mich persönlich dann auch in dem Moment interessieren, wo ich dann oder wo wir dann auch im Team, wir sind ja relativ klein, dann auch gucken, was sind denn Sachen, die wir interessant finden? Und ja, dann entwickelt sich das. Und es ist... Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe in meiner Zeit als Freiberufler mal zwei Jahre lang ungefähr für ein Magazin in Brandenburg, in Berlin-Brandenburg, gearbeitet für den Fritz. Ich weiß nicht, ob dir das vorstellt. Ja, total toll. Das war eines meiner Beispiele. Als ich das in der Hand hatte, das gibt es ja leider nicht mehr, habe ich gedacht, oh ja, genau so was möchte ich haben. Ich habe die auch gleich abonniert, aber leider haben sie es ja eingestellt. Ja. Ja, wir sind irgendwie nicht über fünf oder sechs Nummern rausgekommen damals. Aber das war eben auch, ich bin für die zum Beispiel zu Rolls-Royce gefahren in Brandenburg, also Turbinenhersteller in dem Falle, total spannende Wirtschaftsreportage für so ein Blatt gemacht. Oder wir haben was über FKK im Osten gemacht oder überhaupt für über über die Unterschiede, Ost-West-Unterschiede in Sachen Sexualität und Freizügigkeit und so. Das hat total Spaß gemacht und war halt eben leider auch natürlich im Berliner Umfeld schwer zu platzieren, weil der Tagesspiegel hat dann sowas ähnliches gemacht, die Matz hat sowas ähnliches gemacht. Also da war einfach richtig fette Konkurrenz von den großen Verlagen. Das ist ja hier in Meck-Pom, glaube ich, ein bisschen anders, also eher umgekehrt. Ich weiß, der Nordkröer hat früher Urlauber und Tourismusmagazine gemacht, mehrere im Jahr. Da ist ja nicht mehr viel von zu finden im Augenblick. Also habt ihr im Prinzip eine leere Wiese bestellt oder eine frische Wiese bestellen können? Ja, ich hoffe es. Und dass die Leute auf der Wiese dann auch nur uns sehen in diesem Dschungel. Es ist ja tatsächlich so, wir bekommen ja auch so ein bisschen Feedback von den Leuten, die unser Magazin auch kaufen in Köln, Potsdam, wo auch immer. Das sind tatsächlich irgendwie Leute, die auch einen Bezug zu MV haben. Also die dann ganz bewusst sagen, oh, das ist ja, ich will, ich komme aus MV und Mensch, bin wegen der Arbeit jetzt seit Jahren lebe ich da und da. Und ich will das jetzt so ein bisschen die Verbindung halten. Gibt auch welche, die einfach irgendwie davon träumen, hatte ich jetzt neulich gerade, die irgendwann hier sesshaft werden wollen und auf den richtigen Zeitpunkt warten und da einfach schon mal so ein bisschen MV-Luft tanken. Das freut uns natürlich sehr. Gibt aber auch welche, die überhaupt gar nicht großartig, also jetzt gerade aus Frankfurt am Bahnhof habe ich eine Rückmeldung bekommen. Der hatte einfach aus diesem Sortiment am Bahnhofsbuchhandel, wollte der Magazin für die Zugfahrt haben. Und dann habe ich mich natürlich total super gefreut, dass der sagte, ich habe hier ein Magazin gefunden. Das hat mich total angesprochen, weil das auch ein bisschen rausstach aus den anderen. Und das habe ich mir dann genommen. Und witzigerweise war das jemand, den ich aus einem anderen Kontext kannte und der war ganz überrascht, als er das Heft aufschlug unter meinem Gesicht. Und deswegen rief er mich gleich an und gab mir das Feedback. Also das ist wirklich, dass wir, weil wir auch ein bisschen anders sind, auch bewusst ein bisschen schlicht und gar nicht so prei gefüllt wie manch andere, dann einfach auch hoffen, dass wir so ein bisschen uns dadurch, ja, also dass die Leute einfach gucken, das muss wohl der Inhalt sein, der da zieht. Und ja, also wir haben ja jetzt erst die zweite Ausgabe gerade in den Handel gebracht. So richtige Zahlen von der ersten gibt es noch nicht, weil ja dadurch, dass das auch über den Großhandel läuft, ja erst immer sozusagen die Remission erfolgt, wenn das nächste Heft dann kommt. Wir sind selber total gespannt, wie es jetzt, wie es ist. Natürlich kann man das nach einer Ausgabe auch nicht sagen. Man muss einfach auch jetzt abwarten, wie es sich entwickelt. Aber wir hoffen natürlich, dass wir die Leute damit ansprechen. Also hier genauso wie anderswo. Also nur dann wird es ja auch funktionieren. Das ist, vom Fritz hast du gerade gesprochen, wenn es halt nicht läuft, dann irgendwann muss man sich dann auch die Frage stellen. Aber von sowas sprechen wir noch nicht. Wir gehen jetzt erst mal vom Positiven aus. Naja, es waren ganz eindeutig betriebswirtschaftliche Erwägungen beim Fritz damals. Weil das ist, und das wirst du ja selber auch erlebt haben bei der ersten Ausgabe und bei der zweiten jetzt wieder, sich da in den Bahnhofsbuchhandlungen zu platzieren, das kostet erst mal richtig Geld. Das ist ja nicht so, dass ich da irgendwie 20 Exemplare hinschicke zum Hauptbahnhof in Berlin und da legen die das da aus. Sondern du musst ja über den Pressevertrieb gehen und die wollen erstmal Kohle haben, die Bahnhofsbuchhandlung. Nehmen es halt eben nur in Remission, wie du gesagt hast. Also was sie nicht verkaufen, schicken sie dann irgendwann zurück. Ja, oder es geht ins Altpapier. Es kommt dann im schlimmsten Fall gar nicht mehr wieder bei mir an. Was natürlich auch immense Kosten sind, sind auch die Druckkosten. Also gerade jetzt die zweite Ausgabe in Zeiten von steigenden Papierpreisen ist das jetzt alles nochmal ein bisschen mehr hochgegangen. Und wir lassen es ja auch bewusst hier bei uns in MV drucken. Also wir haben uns bewusst für Röbel entschieden, weil wir einfach auch ein Statement setzen wollten, dass das wirklich ein Magazin ist von hier. Ich denke mal, wenn wir jetzt irgendwo anders hingegangen wären, vielleicht sogar ins Ausland, hätten wir es wesentlich günstiger haben können. Aber wir haben gesagt, nein, wir machen, wir wollen das so. Wir wollen einfach auch diese Verbindung zur Region mit in allen Facetten auch zeigen. Das ist einfach, weil das wirklich der Hauptgrund auch ist, warum wir das hier machen. Also Röbel nur für die, die es nicht kennen, ist optimal Röbel. Genau. Sie sind mal irgendwann als CD und DVD-Hersteller haben dann irgendwann, als noch keiner glaubt hat, dass Vinyl wieder interessant werden könnte, haben die angefangen, irgendwie alte dänische Vinyl-Plattenmaschinen, Pressmaschinen zu kaufen und haben angefangen für DJs und Jazz und Diebhaber Vinylplatten zu machen, sind damit total groß rausgekommen, als alle anderen die Plattenproduktion eingestellt haben. Und mittlerweile haben sie auch, glaube ich, eine ziemlich hochleistungsfähige und flexible Druckeinheit, wo sie eigentlich ursprünglich CD-Cover drucken wollten. Und mittlerweile drucken sie mehrere Magazine und Publikationen. Also die machen ganz tolle Sachen und wir sind auch echt total zufrieden, wie unser Magazin immer aus der Druckerei kommt. Also das ist eine super Beratung. Das ist ja auch so, man fängt da an und weiß überhaupt nicht, wie sollen das sein, wie ist das Papier? Und dann hatten wir das Thema Corona. Wir konnten nicht irgendwo hinfahren zur Druckerei oder zum Vertrieb, um uns Muster anzugucken, wie man das sonst so machen würde, sondern das lief alles über Telefon, per Post. Dann wurden ein paar Sachen geschickt und dann wieder Beratung per Telefon. Und als wir das erste Magazin an der Hand hatten, da waren wir so happy, weil wir gesagt haben, die Beratung war so super, es ist genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. So sollte es sein, es scheint nichts durch, es ist wirklich hochwertig. Und so war auch das Feedback, viele Leute so, oh, das ist ja ein richtig professionelles Magazin. Das war natürlich so, also das war ein schönes Gefühl. Und da waren wir dann, also war dann auch wieder die Bestätigung, dass es genau die richtige Entscheidung war, das auch mit Partnern vor Ort einfach zu machen. Hast du das alles vorher schon gekannt, gekonnt und gewusst? So mit Drucktechnik und Druckabzüge und Korrektur und weiß ich nicht was. Du musstest da erst reinwachsen. Also du bist jetzt im Prinzip nicht mehr nur Schreiberin und Autorin, sondern du bist jetzt Verlegerin, du bist Vertrieblerin, du bist Anzeigenverkäuferin, alles in einer Person. Alles in einer Person, genau. Also was das Technische angeht, da bin ich einfach wahnsinnig froh, dass ich die Antje Sigelko an meiner Seite habe, weil die natürlich auch eine lange Erfahrung schon im Bereich Layout, Druckvorstufe, Satz und all solche Geschichten hat, sodass sie das alles gut gemanagt hat und ich mich da auch drauf verlassen konnte, dass das alles gut läuft. Fototechnisch haben wir mit Georg Hund einfach einen super tollen Fotografen, der das auch wirklich mit Leidenschaft macht. Also da war ich auch bestätigt, das war so mein Impuls. Wenn, dann soll es mit denen zusammenlaufen. Die waren beide auch Feuer und Flamme. und das funktioniert super. Aber alles andere, Waffe ist für mich natürlich total Neuland. Überhaupt, das ging dann schon los mit dem richtigen Pressevertrieb suchen. Gott, worauf achtet man? Was ist da wichtig, was ist da nicht wichtig? Kannte ich mich gar nicht aus. Diese Ehrnummer, die da rauf muss. Wie geht denn das? Das sind so Marginalien eigentlich. Und da natürlich irgendwie musst du irgendwie Anzeigen ins Heft kriegen, damit der Druck finanziert wird. Das heißt, du musst irgendwie Mediadaten haben, wie, was kosten denn Anzeigen? Dann ging das erst mal in eine Preisrecherche. Und was macht hier Sinn, was nicht? Und ja, also es ist jetzt tatsächlich, ich bin da irgendwie ins kalte Wasser gesprungen. Natürlich hat, ich bin ja nun auch schon als freie Journalistin ein paar Jährchen unterwegs. Und man informiert sich ja über die Jahre auch und hat mal irgendwie Kollegen, die erzählen. Aber im Endeffekt ist vieles so gelaufen. Ich stelle mir das vor, dass das so läuft. Also versuche ich das mal. Aber es sind alle, mit denen ich sozusagen da im Gespräch war, hatte ich das Gefühl, dass ich auch gute Beratungen, gute Gegenüber hatte. Also ich habe mich nie irgendwie so gefühlt, oh Gott, da will mir einer irgendwas erzählen, nur damit die Neulinge hier irgendwas unterschreiben. So, das hatte ich nicht das Gefühl. Ich hatte eher im Gegenteil das Gefühl, dass viele Presseprofis eher so ein bisschen, ja, also bewundert ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber unser Pressevertriebspartner, als ich den das erste Mal anrief, sagte er, wollen Sie das wirklich machen? Da in dieses Becken reinspringen. Und der hat aber gesagt, also ich finde es toll, so ein junges Projekt. Und wenn Sie das mit uns machen wollen, dann gerne. Also ich hätte da Lust dran, mit Ihnen dieses Projekt zu machen. Und das war dann für uns auch wieder so eine Bestätigung, weil man denkt so, erst mal, wenn der so was zu dir sagt, dann denkst du, ach du Schreck, was kommt denn da auf dich zu? Aber das hat mich nicht abgeschreckt. Also ich habe gesagt, wir versuchen das jetzt einfach. Wir haben jetzt den Puffer durch diese EU-Förderung und das Land Mecklenburg-Vorpommern und wir machen das jetzt einfach und gucken, was da rauskommt. Und ja, also jetzt ist natürlich wirklich, es ist ein immenser Aufwand. Das muss man ganz einfach so sagen. Ein Verlag hat dafür irgendwie fünf, sechs Leute für, oder mehr wahrscheinlich, die Vertrieb machen, die Anzeigenverkauf machen. Ich schreibe ja auch die ganzen Texte. Ich mache die Recherche, ich mache die Themenplanung, ich koordiniere das alles mit den anderen beiden Kolleginnen, dass wir da irgendwie als Team auch koordiniert zusammenarbeiten. Und ja, es ist aufregend. Also es wird auf jeden Fall nie langweilig bei uns. Und ja, mal gucken. So, dann hattest du diesen ganzen Berg, den wir jetzt gerade besprochen haben, vor dir liegen, vor der ersten Ausgabe. Und dann kam noch Corona dazu. Ist man da nicht irgendwo geliked, zu sagen, nee, ich lasse das jetzt lieber. Geht ja gar nicht. Also für so ein aufwendiges Magazin, man muss ja doch, man kann das nicht alles telefonisch machen. Man kann nicht alles irgendwie per Videoschalter oder so recherchieren. Interviews muss man, das merken wir ja beide jetzt auch gerade, am besten, man guckt sich schon in die Augen und kann sich auch die nonverbalen Dinge mitnehmen. Und um dann ein Porträt oder eine Reportage draus zu schreiben, braucht man einfach den persönlichen Kontakt. Ganz abgesehen von den Fotos, die man sowieso immer vor Ort machen muss. Wie war das, als Corona, also als der erste Lockdown auf einmal vor der Tür stand? Das weiß ich auch nicht. Das war schon irgendwie krass. Also das Gute in dem Sinne war, dass der erste Lockdown tatsächlich da war, als wir noch in unserer Online-Version waren. Also es war das erste Projektjahr. Und da habe ich tatsächlich das, was ich sonst nie mache, einige Interviews per Telefon gemacht. Aber zum Thema. Also wir haben es wirklich, ich habe einfach komplett auf das Thema Corona auch umgeswitcht, weil es ja für alle neu war. Und es ging darum, wie diejenigen, die Akteure, die Interviewpartner in ihren Berufen, in ihrem Alltag sozusagen die Krise für sich meistern. Ich hatte die Illustratorin Claudia Burmeister, die ja für uns auch diese tollen Karten jetzt in der Druckversion macht, wie sie sozusagen jetzt, wie funktioniert dein Job als Freie, wenn du keine Kurse mehr machen kannst, wenn alles wegbricht. Ich habe mit dem Zauberkünstler hier, Felix, Magic Felix aus Neubrandenburg, haben wir telefoniert, weil keine Shows mehr sind, mit anderen Künstlerinnen. Also ja, das war eigentlich so das Thema. Und habe das dann online gemacht, also über Telefonanrufe. Aber sobald es wieder ging, sind wir auch wieder rausgefahren. Und für die Printausgabe ging das ja gar nicht anders, weil wir brauchten, wir machen das in der Regel so, dass Georg und ich dann tatsächlich zusammenfahren, weil wir dann einfach gut koordinieren können, welche Motive passen jetzt auch dann zum Text. Der ist ja dann auch irgendwie oft in der Nähe, wenn ich dann die Interviews führe, wenn wir dieses Gespräch haben. Es ist ja nicht so eine starre Situation, sondern man ist ja meistens irgendwo und führt ein Gespräch und guckt was und zeigt was. Und da ist es einfach dann so, dass wir zu zweit sind. Und das geht dann gar nicht. Also ohne Bilder können wir natürlich so ein Printmagazin nicht machen. Aber was so ein bisschen die Herausforderung bei Print in der ersten Ausgabe war, ist, dass wir erst im Januar damit anfangen konnten, aber wussten, wir machen eine Sommerausgabe. Und in diesem Jahr ist der Sommer oder der Frühling so extrem spät gewesen, dass wir echt gesagt haben, Mist, wenn hier einer im Juni das Heft aufschlägt, da wird es ja keine kahlen Bäume und braune Wiesen sehen. Das ist doch alles irgendwie doof. Und mussten dann von den Themen auch so ein bisschen gucken, dass wir auf jeden Fall irgendwas nehmen, wo das nicht so ins Gewicht schlägt, also wo wir nicht so viel Außenaufnahmen brauchten, sondern wo wir einfach, und das, wo Außen was war, das haben wir so weit nach hinten geschoben, dass wir echt schon so mit dem Endredaktionstermin dann so ein bisschen in Stress kamen. Also zu Sachen, an die denkst du natürlich vorher nicht. Machst du ja klar, wir machen Magazin, toll. Aber dass du einfach nur eine bestimmte Spanne hast und Sachen einfach organisiert werden müssen, auch wenn was die Leute sich angucken in bestimmten Jahreszeiten, das war mir vorher nicht so wichtig. Aber das sind dann auch Dinge, auf die wir achten mussten. Ich hatte da mal so ein schönes Erlebnis bei einer journalistischen Weiterbildung. Da hat uns ein früherer Chefredakteur dann erzählt, dass bei Essen und Trinken immer um die Weihnachtszeit die quasi Erdbeerausgabe gemacht werden muss. Und die Redakteure dann irgendwie im Advent sitzen und erst mal müssen sie sehen, wie sie sich Erdbeeren organisieren für die Bilder, also für die Food-Fotografie. Und dann müssen sie sich halt irgendwelche Rezepte ausdenken oder recherchieren. Das ist halt so, bei den Magazinen, die haben teilweise wirklich ja ein halbes Jahr Vorlauf. Also ich weiß nicht, wie viel Vorlauf ihr mit dem Druck? Ja, so ein Druck ist schon, also das Heft muss ungefähr einen Monat, bevor es in den Läden liegt, fix in der Druckerei sein. Und dann brauchen wir noch die Endredaktion. Also so sechs bis acht Wochen vorher muss eigentlich alles im Kasten sein und dann wird es zusammengesetzt. Und das ist natürlich, da machst du dann im Sommer die Ausgabe für den Winter und im Winter die Ausgabe für den Sommer. Und jetzt ist tatsächlich, also wir haben jetzt dieses Jahr zwei Ausgaben rausgegeben. Ab nächstem Jahr wollen wir versuchen, so es halt klappt, tatsächlich vier Ausgaben zu produzieren, also alle drei Monate eins. Und das heißt, dass wir jetzt vor Weihnachten dabei sind, das Frühlingsheft zu machen, was natürlich nicht gerade so einfach ist. Weil im Frühling, wenn ich irgendwie Ende März, Anfang April ein Heft aufschlage, da bin ich schon so vom Gefühl her in der Apfelblüte und alles fängt an zu grün und ja, guck raus, es ist jetzt gar nichts grün. Aber das sind schon Herausforderungen. Und in anderen Redaktionen ist es dann sicher so, dass dann einfach auch Sachen vorproduziert werden. Aber diesen Vorlauf haben wir ja gar nicht. Sonst hätten wir in diesem Jahr im Frühling sozusagen schon Sachen machen müssen, und die im nächsten Jahr, also im nächsten Frühling kommen. Aber da waren wir natürlich nicht so weit. Und das sind auch, das übersteigt auch unsere Kapazitäten. Weil da müssten wir praktisch doppelte Ausgaben gleichzeitig machen. Und das kriegst du als kleines Team einfach so nicht hin. Aber Stichwort redaktionelle Planung ist so ein Hobby von mir. Von mir mittlerweile auch. Wie gehst du da vor? Also lädst du dich hin und schreibst dir irgendwie zehn Themen auf? Oder erzähl mal. Also es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin, bringe ich immer wieder was Neues mit. Also neue Ideen oder mir fällt irgendwo ein Flyer in die Hand. Oder ich lese irgendwo irgendwo was und denke auch, das ist ja spannend. Oder wenn ich irgendwo Interviews mache, mache ich das auch total gerne, dass ich die Leute auch mal frage, Mensch, wenn ihr mal irgendwas habt oder einen Tipp für mich habt, wen muss ich denn hier in der Gegend noch kennen? Oder wo lohnt es sich mal hinzugehen? Oder wer macht hier? Also einfach, dass man selber auch mal sich Ideen holt. Und ich habe eine ellenlange Liste. Da schreiben wir immer alles rein. Also mittlerweile wird die so von uns allen immer so befüllt, wenn mal eine Idee ist, wenn einmal was über den Weg läuft. Und dann gucken wir die immer wieder durch und sagen, Mensch, das wäre doch vielleicht mal was für das Frühlingsheft. Oder das wäre auf jeden Fall mal ein Sommerthema. Oder das machen wir mal im nächsten Jahr Winter. Also wenn es dann soweit ist sozusagen, die eine Ausgabe ist weg, dann bist du ja schon wieder dabei, die nächste zu planen, dann wird es dann konkreter. Also dann gucke ich mir das alles genauer an. Dann manchmal recherchiere ich auch was dazu, wo ich denke, eigentlich wäre dieses Thema schön. Also weil es nicht immer nur Akteure sind, die spannend finden, sondern einfach auch so Aspekte, die vielleicht gerade aktuell sind. Warum wollen wir nicht mal das und das Thema nehmen? Und dann suche ich mir auch dazu, recherchiere mir dann dazu, was gibt es denn dazu überhaupt so in unserer Region und gucke da nochmal gezielt. Das ist so eine Mischung aus allem und total spannend. Also ich finde diese Themenplanung ist total spannend. Und dann ist auch der Prozess total spannend, wie aus dieser Planung, aus der Idee, die du im Kopf hast, dann sich das immer mehr zusammensetzt, weil du dann hast du den einen Beitrag, das Interview dazu, die Bilder und wie sich dann daraus Stück für Stück auch das Heft zusammensetzt, ist einfach total irre. Also ich kann es gar nicht beschreiben, das ist so ein richtiges Glücksgefühl, also ein positives Arbeitsgefühl. Es ist einfach so. Na, bei uns in der Journalistenausbildung wurde das richtig als Komposition benannt. Also Komposition eines Heftes oder einer Ausgabe. Und es gab da so diesen Lehrsatz, das Ganze ist mehr als seine Teile. Das ist ja leider nicht, aber es ist halt bei Print so. Weil man hat eben eine Seitenabfolge, die man ja dann auch unterschiedlich durchblättern kann als Leser. Das weiß man ja auch vorher nicht. Also das muss ja alles irgendwo im Hinterkopf bedacht werden. Und man muss den Leser halt eben mit Typografie und mit grafischer Gestaltung, mit Fotos durchs Heft lenken. Das ist wirklich ein spannender Prozess, auf jeden Fall. Ja, wobei wir auch immer gucken, dass wir auch die Region gut und breit abbilden. Dass wir nicht immer nur, keine Ahnung, mal in einem Heft nur irgendwie an der Müritz sind und gar nicht oben in der Min oder so oder in der Mitte. Da gucken wir dann auch immer noch drauf. Wenn wir merken, oh halt, stopp, wir sind jetzt hier, wir haben hier so viele Themen, die einfach in dem Bereich sind. Nee, dann schieben wir das mal ein bisschen. Da sollen auch nicht irgendwie fünf Künstlerporträts drin sein, sondern wirklich ausgewogen gucken, wie passt es auch thematisch in unsere Rubriken rein. Menschen, Kultur, Lebensart, das ist so ein bisschen unser Rahmen. Und da suchen wir dann wirklich gezielt, okay, das würden wir gerne machen, aber diesmal wäre es da einfach too much an der Stelle, müssen wir schieben. Also es ist schon ganz spannend, auf jeden Fall. Macht ihr an der Kreisgrenze von der Seenplatte strikt Schluss? Ja, also tatsächlich haben wir das jetzt so gemacht, weil wir ja über den Regionaltopf sozusagen jetzt gefördert waren die letzten zwei Jahre, dass wir den Fokus auf den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelegt haben, aber wie gesagt, größter Landkreis Deutschlands und auch so vielfältig, denkt man ja auch gar nicht, dass oben der Minen, hinten Wolldeck, Neubrandenburg bis rüber fast Blau am See, also es ist ja ein wahnsinniges Gebiet. Und wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt machen. Es ist das Projekt oder das Förderprojekt läuft ja jetzt zum Ende des Jahres aus. Da müssen wir ohnehin mal gucken, wie das dann so weitergeht. Der Plan war von Anfang an ja, dass es langfristig sein soll, dass es nicht Förderprojekt und danach ist wieder gut, sondern wir wollten das natürlich irgendwie so als Initiale nutzen und müssen jetzt einfach mal gucken, wie wir das Ganze jetzt weiterentwickeln, wie das fortgeht. Aber fest steht, dass gerade jetzt dieses Zentrum von Mecklenburg-Vorpommern, dieser riesen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einfach weiter ein Schwerpunkt sein wird, auch weil unsere Themenliste noch so lang ist und wir so viele Ideen noch haben, was man hier machen kann, dass wir gucken, aber vielleicht die Landkreisgrenzen nicht mehr ganz so starr ziehen. Also es gibt auch tatsächlich gar nicht, also eigentlich soll es ja ein MV-Magazin sein, aber wir haben ja auch rund der Grenze zu Brandenburg, das kann man ja manchmal gar nicht so, da gibt es auch ganz interessante Projekte, wo man sagt, ja Gott, willst du jetzt einfach, weil es nicht mehr MV ist, sagen, machen wir nicht mehr. Also da müssen wir mal gucken, wie das so im nächsten Jahr auch weitergeht. Ja, es gibt ja auch Territorien wie die Prignitz zum Beispiel, die sich über beide Länder schenken. Genau, der Uckermark. Uckermark, genau dasselbe. Bisschen dann in Vorpommern, wo ja ganz vieles auch, ich sage mal, nach Polen rüber reicht, wenn man das jetzt, Pomerania-Region, ist ja letztendlich mehr als nur an der Grenze. Mecklenburg ist dann irgendwie Schluss. Also ich finde es sowieso wichtig, gerade jetzt auch im journalistischen Bereich, dass man da sich nicht unbedingt 100 Prozent an die administrativen Grenzen richtet. Das haben wir bei Fritz übrigens auch so gemacht. Also meine FKK-Geschichte, die kam aus der Seenplatte übrigens. Ah, okay. Weil es gab damals, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, in Meck-Pomben glaube ich zwei oder drei FKK-Campingplätze und das war schon ziemlich einzigartig. Die gab es halt in Brandenburg nicht und woanders überhaupt auch gar nicht. Also da muss man glaube ich einfach auch die Metropol-Region noch ein bisschen im Auge haben und so. Weil man hat ja da auch potenzielle Leserschaften in jedem Fall. Kannst du noch ein bisschen was, sagen wir mal so, die technischen Eckdaten verraten? Also Auflage und Preis und Seitenzahl oder so in diese Richtung? Ja, also wir haben eine Auflage von 5000 Heften, also pro Ausgabe. Die Hälfte davon ungefähr geht immer so in den Grußhandel, also Zeitschriftenhandel, Bahnhöfe deutschlandweit, in Hamburg, also Metropol-Region Hamburg, Berlin, Brandenburg und MV. Es ist dann wirklich auch engmaschiger im Zeitschriftenhandel. Da sind wir noch so ein bisschen in der Optimierungsphase, weil für unsere Begriffe so ein bisschen auch dieser Bereich, gerade hier in der mecklenburgischen Seeplatte, doch sehr, ja, sehr dünn bestückt ist. Also so in Waren hast du dann ein paar mehr Kioske und in Neubrandenburg, aber alles, was so dazwischen ist, und das ist ja relativ viel, da fehlt das Heft einfach und da versuchen wir natürlich entgegenzuwirken, weil es auch in, keine Ahnung, Staffenhagen, Woldeck und Friedland vielleicht Leute gibt, die gerne sowas lesen wollen würden. Und genau, das verbreiten wir so. Wir haben, das Heft kostet am Kiosk 8,50 Euro. Das war auch so ein bisschen so eine Diskussion, auch im Team, wie machen wir das? Ist das zu teuer? Muss das viel günstiger sein? Aber es ist einfach auch so eine Frage, so ein Heft zu machen, ist auch irre teuer. Das muss man einfach auch so sagen. Und wir wollten damit auch so ein bisschen zeigen, dass es auch wirklich was Hochwertiges ist, wo wir viel Arbeit reinstecken, wo wir viel bewusste Planung reinstecken, nichts aus der, irgendwo aus der, keine Ahnung, Retorte, sondern wirklich dafür losgehen und das machen in der Region, produzieren lassen und gucken, dass wir, wir haben auch Kompensationsmaßnahmen, dass wir hier Bauminsel, weil wir es halt gedruckt anbieten. Also wir gucken schon wirklich, dass wir da, dass es irgendwie auch was Hochwertiges ist und das soll sich auch sozusagen in den Preis widerspiegeln. Ähm, genau und ja, Seiten, 100 Seiten. Das ist viel. Das ist viel, ja, also genau. In der ersten Ausgabe ist das ein bisschen weniger gewesen, weil uns tatsächlich, ähm, wir mussten da wirklich kurzfristig ein paar Seiten kappen, weil einfach ein paar Beiträge nicht funktioniert haben, aus Zeitgründen, aus Corona-Gründen, aus diversen Sachen, die dann zusammengekommen sind. Aber in der, in dieser Ausgabe haben wir wirklich unsere geplanten 100 Seiten, wir sind total irre stolz da drauf. Äh, aber es ist natürlich auch wirklich, das musst du auch vollkriegen, ne? Da musst du auch gute Beiträge haben und manchmal setzt das ein bisschen unter Druck, gerade jetzt so auch für die nächste, oh Gott, oh Gott, hoffentlich klappt das alles. Aber wenn du halt so ein Magazin für den Preis in der Hand hast, willst du ja auch ein bisschen Gehalt haben. Und deswegen ist so, diese 100 Seiten sind so unsere, ähm, für uns so unser Anspruch oder unser Anspruch und den versuchen wir auch so zu halten. Genau. Äh, Werbekunden, ohne jetzt irgendwelche Betriebsgeheimnisse zu verraten, äh, habt ihr die akquiriert oder, oder sind die auf euch zugekommen? Ja, also die akquiriere ich tatsächlich. Ähm, man hat natürlich so ein paar Ideen, äh, wie man da ansprechen will. das Problem bei diesem aktuellen Heft war leider, dass, äh, zum Ende des Jahres die meisten Werbebudgets, äh, dann schon verplant oder weg sind, ausgegeben sind. Ähm, das, äh, war jetzt in der Winterausgabe ist das relativ hart für uns, weil wir ja auch mit allem sozusagen in Vorkasse gehen. grundsätzlich, ja, gucken wir, was passt, Also es ist natürlich landesweit interessant. Wir waren ganz froh, dass in der ersten Ausgabe auch das Landesmarketing gesagt hat, wir unterstützen euch. Ähm, ich habe für die nächste Ausgabe auch schon Interessenten, die gesagt haben, ab Frühjahr, dann sind wir wieder dabei, mal gucken, ob die das dann auch noch wissen, wenn ich jetzt wieder anfrage. Aber wir versuchen natürlich schon, gerade weil es auch so ein aufwendiger Prozess ist, ähm, dieses ganze, ähm, Anzeigenakquise auch noch zu machen, das ist ja, soll ja nicht mein Hauptjob sein und das, äh, kann ich auch gar nicht leisten, äh, das auch alles noch zu machen, dass man vielleicht ein paar Partner auch versucht, langfristig zu binden. Wir haben natürlich über unser vielsehen-Schaufenster auch ein paar Partner, die auch kleinere Anzeigen dort auch buchen, äh, was ganz schön ist und zwar dann manchmal gar nicht, äh, äh, unbedingt in erster Linie, weil sie sagen, ähm, ja, da kommt jetzt im ersten Heft irgendwie so wahnsinnig viel für mich rum, sondern einfach, weil, äh, weil sie sagen, ich finde das Projekt einfach toll und ich unterstütze das, äh, und, äh, damit habt ihr ein paar hundert Euro, äh, für die Druckekasse, ne, weil, also das ist so ein bisschen unsere Idee, äh, zu gucken, dass wir die Druckkosten, wenn es gut läuft, durch Anzeigen, äh, also Anzeigenschaltungen, kompensieren und, ähm, ja, da müssen wir mal gucken, wie das, äh, wie das so läuft und wie das so weitergeht. Ähm, also ich denke, dass es insbesondere auch für, für die regionalen Unternehmen interessant sein kann. Wir haben ja jetzt, ähm, gerade auch ein, äh, äh, Anzeigeschalten, auch aus einer Gegend, die jetzt nicht so wahnsinnig hochfrequentiert ist, aber doch eine tolle, ein toller Ort ist und, äh, ich denke, da gibt es auch für regionale Unternehmen bestimmt ein paar, äh, Chancen, Leute anzusprechen, die halt so bestimmte, bestimmte Interessen haben, sieht man ja auch da, wo die Zeitschriften gut verkauft werden, bei unseren Sonderverkaufsstellen, das sind halt einfach auch so Individual, äh, Individualisten, die gerne so das Besondere suchen, äh, wenn man so auf die, äh, guckt, welche Touristen das vielleicht auch kaufen. kreativ schaffende Leute, die hier das Besondere, die hier leben, äh, und so ein bisschen paar, äh, Geheimtipps will ich jetzt nicht sagen, aber schon mal so ein bisschen das Andere suchen, die anderen Möglichkeiten und da, äh, glaube ich, kann man auch als Anzeigenkunde dann so ein bisschen sich, ähm, in dem Magazin, in dem Rahmen präsentieren, ne? Naja, und das ist ja auch im Gegensatz zu einer Tagespublikation, äh, man, man halt das Jahr, über ein halbes Jahr, immer wieder, nimmt man es wieder zur Hand und, und blättert mal durch oder liest mal wieder irgendwie ein Stückchen oder sucht einen Tipp fürs Wochenende oder, 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 also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Das ist einfach, ähm, böse Wort, nachhaltig, nachhaltiger als der Tageszeit. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Das haben uns auch, also wir haben ja eine Umfrage auch gemacht, was die Leute mit ihrem Vielsehen Magazin denn machen, ob es ins Altpapier wandert oder was auch immer, nee, also ins Bücherregal bei vielen, also es wird nicht weggeschmissen, sondern wirklich, äh, hole ich mir nochmal raus wieder, so, ähm, oder weitergegeben, ne? Also, ähm, ich gebe es, ähm, in meinem Haushalt lesen sowieso mehrere oder ich gebe es an eine Freundin, schöner wäre natürlich, wenn die Freundin es selber kauft, aber, äh, wir haben zum Beispiel auch Ferienwohnungen, ähm, Betreiber, ja, also es ist auf jeden Fall nichts für den Papierkorb, also, und ich glaube auch, dass es, äh, dass es dadurch, äh, interessant ist und das Pack, also wir gucken natürlich auch, dass es passt, dass, äh, ne, so ein, ähm, Heizung-Sanitärbetrieb, äh, wird da jetzt da nicht reinpassen, weil das einfach, äh, nicht die Klientel ist, aber, ähm, ja, also so Künstlergalerie haben wir jetzt schon mal drin, das Kulturquartier in, äh, Neustrelitz, ne? Also solche, äh, äh, Geschichten, ähm, hier die, diese Zeitreise, äh, äh, Museen, Schliemann, Ankershagen, Agroneum, äh, so ist es dann, das ist immer ganz spannend, ne? Genau. Äh, äh, du hast dein Team schon erwähnt, äh, ich hab jetzt vier, fünf, drei Personen, drei Personen, okay, hab ich, hab ich wahrscheinlich, äh, Georg zweimal gezählt. Ja, ja, alle doppelt, wir machen, wir arbeiten alle für, für, für zwei sozusagen. Äh, aber das ist sonst noch mit, mit externen, mit freien Kollegen oder so zusammen? Ähm, also zurzeit nicht, weil es einfach, äh, vom Budget her nicht passt. Wir sind ja durch diese EU-Förderung, es ist ja Personalkostenförderung, ähm, so dass wir eigentlich kein Budget haben, jetzt, äh, äh, extern irgendwie, äh, jemanden dazuzunehmen, aber perspektivisch ist schon die Idee, ähm, dass wir auch externe Autoren, äh, und Autorinnen dazunehmen, oder mal irgendwie, also auch ein bisschen Themenideen, um, um das vielleicht noch ein bisschen breiter, die Blickwinkel noch mal ein bisschen, äh, zu erweitern, aber das wird sich entwickeln, das hängt jetzt auch so ein bisschen davon ab, wie, wie es jetzt in diesem Jahr weitergeht, wie es sich überhaupt, ähm, wie es überhaupt weiter funktioniert, und sich weiter finanzieren kann, und, ähm, ja, also das war schon immer irgendwie so meine Idee, dass man ein Projekt hat, wo mehrere Autoren, ähm, irgendwie, ihre Geschichten zusammenbringen, ähm, und so ein bisschen so ein breites Bild, äh, halt abliefern, weil ein anderer sieht da noch mal wieder ein anderes Thema, was man selber nie auf dem Schirm gehabt hat, ähm, und, äh, ja, aber aktuell sind wir tatsächlich zu dritt, äh, die das da rocken. Mhm. Ja, da wünsche ich euch für die dritte Ausgabe, die zweite ist durch. Ja, jetzt erstmal, dass die zweite sich, äh, gut verkauft. Ja, okay, das auf jeden Fall, und für die dritte Ausgabe, dann natürlich, äh, für die Frühjahrsausgabe, äh, ganz, ganz viel, schöne Themen, aber ich glaube, wie du es vorhin schon gesagt hast, daran mangelt es einfach nicht, ich kann dir nur sagen, auch Gründerthemen sind, äh, durchaus spannend, du hattest ja vorhin den Flyer von Astrid Grün, die ist dann natürlich ein bisschen, weiter weg, die ist kurz vor Polen, äh, also, bei Penkun, das ist dann nicht so euer Einzugsgebiet, aber, auf jeden Fall, aber wäre ein spannendes Thema, weil es ist eine junge Landwirtin, die, äh, da auch was eigenes auf die Beine gestellt hat, äh, die nach Meck-Pom eingewandert ist, ja, die kommt, glaube ich, äh, irgendwo aus, aus Niedersachsen, oder, oder, ähm, ähm, ja, also, Themen liegen quasi auf der Straße, äh, aber man muss sich eben halt entdecken, ne, und man braucht auch ein bisschen Zeit dazu, die, äh, auszugraben und, äh, dann zu schleifen zu kleinen Edelsteinen. Ja, das stimmt. Gut. Ja. Ja, vielen Dank. Danke auch. Daniel Schmal genießt einen herausragenden Ruf als gefragter Trompeter und leidenschaftlicher Interpret eines breit gefächerten Repertoires in der Brauchzeit bis zur Gegenwart. Als Solist und Kammermusiker führten ihn zahlreiche Konzerte in die Konzertsäle bedeutender Orchester, darunter die Berliner Philharmonie oder die Philharmonie St. Petersburg, das Konzerthaus Berlin auf diverse Bach-Festivals und das Musikfest Stuttgart, sowie natürlich in Bachs heilige Halle die Thomaskirche Leipzig. Neubrandenburg und der Seenplatte Zuhause war und ist der der klassische kreative Freiberufler. Ihn und viele, viele andere Kreative, die eigentlich mit ihrer Kunst auch ihren Lebensunterhalt verdienen, hat Corona in den vergangenen Monaten bereitsseits getroffen. Keine Konzerte, kein Publikumskontakt, keine Gage. Von Daniel wollte ich erfahren, wie es sich so lebt, ohne Bühne und Öffentlichkeit. 13. März 2020, glaube ich, war es ja, als wir sozusagen in den ersten Lockdown gegangen sind, reingegangen sind, habe ich ein, zwei, drei Tage überlegt, was kannst du jetzt mit der plötzlich überraschend frei gewordenen Zeit tun? Und ich habe die ersten Monate dazu verwendet, eigentlich mal mich mit dem künstlerisch zu beschäftigen, wozu ich vorher keine Zeit hatte, weil eben, wenn du voll im Konzertbetrieb eingebunden bist, dann musst du ja immer wieder ein Konzertprogramm nach dem anderen abliefern, aber hast eigentlich nicht wirklich Zeit, dich mit neuen Sachen zu beschäftigen, ohne zu wissen, ob du sie dann später einmal in einem neuen Konzertprogramm unterbringst oder nicht. Und das habe ich getan. Ich habe im Prinzip alle meine großen Wünsche abgearbeitet und wahnsinnig viele neue Stücke und Werke für mich erkundet und kennengelernt und einstudiert. Das war also eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich bin mehr zum instrumentalen Üben und Arbeiten gekommen, als sogar zu Studienzeiten, und zwar quasi wie der Himmel auf Erden rein, zeitlich gesehen und künstlerisch gesehen. Und ja, finanziell ist es natürlich ein Desaster gewesen und ich hatte dann das große Glück, im Oktober 2020 mich beruflich etwas anders umorientieren zu können, indem ich das Bewerbungsverfahren um die stellvertretende Musikschulleitung an der Kreismusikschule Consentus gewonnen hatte und dann eben seitdem stellvertretender Musikschulleiter bin, was eine unglaublich spannende und sehr erfrischende Arbeit auch für mich ist. Aber als Künstler war es natürlich finanziell schon, sehr, sehr kritisch. Und für die Künstler, die eben zu 100 Prozent freiberuflich waren, die haben ein wenig Fördermittel bekommen und ja, was auch sehr, sehr gut und wichtig ist. Schwierig ist genau diese Hybrid-Lebenseinstellung, wo man also eine kleine Anstellung zum Beispiel fest an einer kleinen Musikschule hat und den Hauptteil seines Lebensunterhaltes mit seiner Kunst verdient. Und dann bricht plötzlich dieser Haupt-Lebensunterhalt-Kunst weg. Genau, das passiert ja vielen, egal ob Orchestermusiker oder Liedermacher. Also genau diese hybriden Lebenseinstellungen und Lebenskonzepte, die sind schwierig, weil wenn du eine kleine Festanstellung hast, an einer Musikschule und fällst du automatisch aus jedem Förderprogramm heraus. Das heißt, genau für diese Leute greifen sämtliche Förderprogramme nicht. Und das ist, wie man so schön schrecklich sagt, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und ja, für die ist es besonders schwer gewesen. Und auch immer noch, also da es für mich nichts Schöneres auf dieser Welt gibt, als neue Musik für mich kennenzulernen und zu erforschen. Also ich habe schon immer auch aufs Kleines Kind über einen großen Forscher dran gehabt, neue Stücke zu spielen und zu gucken, was gibt es denn da noch alles so. Also ich glaube, das ist in einem angelegt oder auch nicht. Also für mich war das wirklich, wie gesagt, ein Geschenk des Himmels, dass ich plötzlich sehr, sehr viel Zeit hatte und endlich das alles in Ruhe studieren konnte und üben konnte und ausprobieren konnte und auch neue Spieltechniken ausprobieren konnte. Ja, weil ich das, weil ich Musizieren für mich, wie ein kleiner Junge, wie ein Spieler für mich ansehe. Mein liebstes Spielzeug ist die Musik. Aber es macht eben nicht satt. Es macht eben nicht satt, genau so ist es. Vom Spielen alleine wird man nicht satt und kann man seine Wohnung nicht bezahlen. Genau, deswegen mussten sich viele eben auch umorientieren, was tun sie, damit sie eben ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Was meinst du, wird es zur Folge haben, dass es in Zukunft manche Bands oder manche Gruppen oder manche Ensemble verschwinden werden? Ja, also das ist zu befürchten, dass es einige nicht überleben werden. Einige Bands und Ensembles, denen das Wasser bis weit über den Kopf schon steht jetzt. Das muss man leider Gottes annehmen, dass es so kommen wird. Und ich weiß auch schon von einigen Ensembles und Bands, die eben schon jetzt aufgegeben haben und gesagt haben, ja, wir haben es eben nicht mehr durchgehalten. Und wie ist dein eigener Blick in die weitere entfernte Zukunft oder auch in die nähere, sagen wir, den Sommer dieses Jahres? Planst du schon die nächste Tournee? Also ich bin ganz fleißig am Planen und der Tourplan für 2022 ist auch schon fertig gebaut. Und ich blicke sehr hoffnungsvoll Richtung April. Da wollen wir es probieren, mit einem großen lokalen Veranstalter aus Rostock zusammen zwei Konzerte in Rostock und auch in der Rheinburg in der Konzertkirche zu machen mit dem Programm Ave Maria. Das ist dann ein Konzertprogramm für Countertenor, Trompete und Orgel. Und ja, ich bin sehr freudig gespannt, ob wir diese Konzerte dann auch wirklich durchführen und spielen können. Der Plan ist gebaut. Jetzt müssen wir uns überraschen lassen, was wir dann letztendlich davon auch wieder spielen können. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin ein grundsätzlich sehr positiver Mensch und ich glaube daran, dass wir auch in näherer Zukunft bald wieder unserer Leidenschaft, dem Musikmachen nachgeben können. Veranstalter, hast du schon als Stichwort gesagt? Ich glaube, die sind ja fast noch mehr gebeutelt gewesen als die Kreativen, die Musiker selber. Also die ganze, da hängen ja verschiedenste Berufszweige dran. Die Veranstalter, klar, auch sehr, sehr gebeutelt, weil auch sie natürlich mit großen Vorkosten und Vorleistungen immer in die Konzerte reingehen und wenn es dann abgesagt werden muss wegen Bestimmungen oder eben weil es sich nicht rechnet aufgrund der begrenzten Zuschauerzahlen, dann haben die ja schon erst mal sehr, sehr viel Geld quasi verbrannt, weil die gesamte Werbung ist dann weg und die Halle mussten sie auch mieten und keine Einnahmen generiert werden können. Zum anderen haben die natürlich auch hohe Lohnkosten und es kommt dann auch mal ganz darauf an, was das für Musikarten sind. Also wenn die dann noch mit Securities arbeiten müssen oder mit Hands die Bühnen aufbauen, das sind schon enorme Summen. Da hängen viele, viele, viele Schicksale dran und Existenzen dran. Das ist so ein bisschen wie bei den Werften. Also die Werften sind das eine, aber die ganzen Zulieferer und Dienstleister und weiß ich nicht, was da alles an der Struktur noch, das geht natürlich auch den Backen mit runter, wenn der Künstler selber keine Möglichkeit mehr hat. Genauso ist es und das sind ja ganz, ganz viele Zulieferbetriebe sozusagen mit ihren einzelnen Arbeitsleistungen und Dienstleistungen, die dafür notwendig sind, damit dann sozusagen der Künstler oder die Band oder das Orchester dann an dem Tag auf der Bühne steht und seine Kunst dem Publikum darbieten kann. Aber dafür arbeiten ja sehr, sehr viele Leute im Hintergrund, damit das überhaupt erst mal möglich ist. Und ja, und auch da weiß ich von vielen, dass viele sich umorientiert haben. Und das ist dann natürlich auch schwierig, wenn sowas erst mal gestorben ist oder auf Null runtergefahren ist, dann auch wieder hochzufahren, weil das ein immenser Kraftakt ist. Also auch werbetechnisch ist es eine Wahnsinnsaufgabe, wenn jetzt wieder Konzerte stattfinden sollen, können, diese dann auch wirklich rechtzeitig bewerben zu können und vor allem auch den Menschen sozusagen wieder das Vertrauen zu geben, dass da was stattfindet. Weil auch da habe ich viele Gespräche mit Fans von mir geführt, die sind natürlich auch verunsichert, ob sie überhaupt ins Konzert gehen dürfen oder ob sie das tun sollten, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr und so weiter und so weiter. Also das heißt, die Menschen sind auch sehr verunsichert, ob sie überhaupt in eine kulturelle Veranstaltung gehen könnten. Und auch das ist schwierig sozusagen. Auch da muss man wieder sehr viel Arbeit leisten, damit das Publikum wieder Vertrauen schöpft und dann sagt, hey, wir gehen zur Kasse und holen uns die Tickets zum Vorverkauf. Vielen Dank, Daniel Schmal, für diese offenen Worte. Ihr hörtet gerade die neue Episode zum Vielsehen-Magazin des Starthilfe-Podcasts von GründerMV. Wir wollten euch heute mit Manuela Heberer bekannt machen. GründerMV wird mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union unterstützt. Das Gespräch mit Manuela Heberer führte Ralf Schübke. Den Musiker Daniel Schmal fragte ebenfalls Ralf Schübke, wie er als Kreativer mit der Pandemie umgegangen ist und wie er die Zukunft für sich selbst sieht. Unsere Intro-Musik wurde von Audio-Fisch Thomas Kallweit aus Rostock zur Verfügung gestellt. Die Fotos für die Shownotes lieferte uns dankenswerterweise Georg Hunde aus Wismar. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts gerne und am besten direkt auf unserem Portal www.gründer-mv.de oder bei den anderen Bekannten und möglicherweise von euch bevorzugten Podcastdiensten wie Spotify, Deezer, Amazon, Google Podcast oder Apple Podcast. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur sehr freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind stets daran interessiert, von euch direkt zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch aktuell bewegen. Und solltet ihr noch mehr Fragen an einen unserer Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen haben, dann schreibt uns bitte unbedingt über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser oder den anderen Folgen, was euch so bewegt und umtreibt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.